Was denkst du, wie viele Wins schaffen wir hintereinander? Hintereinander? Boah. Keine Ahnung. Auf dem Server das höchste Mal drei Siege hintereinander. Okay. Wollen wir jetzt ja die Challenge machen? Ja, gern. Ohne Dears? Ohne Emeralds? Ja, können wir machen. Komm, Protection 1. Einmal dürfen wir Protection 1 haben, oder? Okay, Protection 1, aber ansonsten nichts. Oder nee, nee, lass einmal kommen nicht verzichten. Okay. Hättest du dich, wenn die dann kommen, die ja Protection 2 haben zu kommen, und dann hier mit Eisenrüstung, Eisenschweren. Ja, naja, dein Bett ist aber auf jeden Fall schon mal weg. Hä? Dein Bett ist schon mal weg, habe ich gesagt. Ach so. Ach, du nimmst den, ach, Digga. Ja, ich hab den schnelleren Weg genommen, weil der eine wollte schon losplütschen, oder keine Ahnung, was er machen wollte, deswegen. Egal, wir hatten einen YouTuber-Rang hier drin, oder so. Warum, oh, ich mich in die Mitte. Äh, lass mal direkt von hier. Und dann, lass die Mitte einfach als Weg zu jedem Team nutzen. Oh, es ist komisch, keine die jetzt zum Weg. Fühlt sich nicht schon komisch an. Fühlt sich falsch an. Äh, Pink ist auch Mitte. Ach, statt. Ja, Pink und Aqua, weil Aqua tut gerade gegen Pink Falten. Echt? Ja, ich hab's grad gesehen. Äh. Amnest. Dumm. Ja, wir haben noch nicht mal eine Betty-Pans. Einfach Trow-Brushen. Trow-Brushen. Papier. Ach, normalerweise haben wir die Amriss in Beut zu werfen. Ich geh kurz mal Pink. Ab Juni. So, ich hab kurz mal alle in der Zeit geworfen. Im Video kommt da dann einfach so ein Pieck. Ah, ich bin tot. Hm, okay. Äh, du bist jetzt zu Pink gegangen? Ja. Dann geh ich auch zu Pink. Einfach aus Prinzip. Ja, Grün geht auch, würde ich sagen. Ja, und wie viele gehen in die Mitte? Keine Ahnung. Alle, weil es halt wichtig ist. Okay, zum Glück. Pink hat mich nicht gesehen. Einer ist, glaub ich, nur auf Base, oder? Hm, ja, der andere ist aber bei mir. Ja, nein, ich bin schwer. Ja. Jo. Ich seh's. Sehr spektakulär. Jo, wohin mit dem Fire Charge? Jo, die Kompo? Hat der hat deine Kombo mit dem Fire Charge unterbacht. Und der nächste. Komm von hinten. Der hat das runtergesprungen? Nein, es leckt. Oh mein Gott. Es hat geleckt. Alter, der hat halt... Der hat halt ernsthaft meine Kombo mit einem Fire Charge unterbrochen. Ist das ehrenlos. Ist aber smart. Ja. Aber ehrenlos. Das war meine Kombo. Aber smart. Okay, jetzt haben die aber, ich glaub, gecheckt, dass wir auf die gehen. Ja. Hä, haben die nicht? Seid ihr... Genau. Haben sie nicht was? Nein, die checken nicht, dass wir auf die gehen. Ich bin grad runtergefallen. Ich muss nochmal alles neu holen. Scheiße, ich hab mir nur 32 Roller gekauft. In einem halben Stack. Oh, ne? Ach, Digga, der YouTuber ist einfach in Team Pink. Ernsthaft? Ja. Und mal, kann es sein, dass wir zwei YouTuber in der Runde hier haben? Weil hier sind zwei Namen rot. Haben wir auch. Nee, okay, eigentlich haben wir vier. Weil wir beide sind ja auch YouTuber. Kommst du, kommst du? Ja, ich bin da. Ich stehe über der Replace. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich werde jetzt keinen Fire Charge schmeißen. Äpfel. Ich komme. Digga, der YouTuber ist aber Arschkacke. YouTuber heißt ja nicht gleich, dass er gut ist. Ich weiß. Der einzig gut ist dieser Grund. Und der schafft es irgendwie die ganze... Aber wie viele Abonnenten kriegt man eigentlich den YouTuber-Rang auf, Hypixel? Hypixel? Ich glaube, 30.000. 30.000? Ja, ich glaube. Lass erst mal auf grün gehen, oder? Naja. Dann auf Aqua und dann auf Pink, auf. Wohin, ne, Pink. Wir müssen eigentlich Pink rausholen. Das sind zu stark. Aber Team Grün hat halt auch YouTuber. Und ich weiß nicht, ob der gut ist. Naja, ich habe gerade aus Versehen den pinken gepickaxed. Naja. Digga, das ist mein Fortnite. Fortnite. Er hat mich noch mit dem letzten Hit runtergenockt, ne? Ist das unfair. Ja, aber sein allerletzte Hit hat mich runtergenockt. Junge. Komm. Ja, aber ich bin es schön, nur noch... Dieser Grund ist halt echt gut. Grund. Ist der Name. Ja, der Name nervt ein bisschen, aber... Junge, ich muss echt sagen, der ist echt gut. Ja, Pew, wie man ist Kacke? Ja. Ich wollte ihn gerade mit der Hand angreifen. Junge, bist du... Okay, also Aqua geht jetzt auch auf die. Also ich wollte, ne? Aber ich habe es gemacht. Ich gehe ganz kurz... Ich gehe mal ganz kurz auf Team Grün, weil die haben... Weil da ist gerade niemand in der Base. Noch einer. Ach, scheiße. Der kommt auf dich zu. Na, ich sehe es. Das war mein Fire-Torch. Okay. Ich habe einfach mit einem Schwert rein. Ich habe aber kein gutes Schwert, so wie der. Jetzt sind die beide da. Ja, weil der halt gestorben ist wegen... Durch den YouTuber. Man, ich pick-exe die ganze Zeit aus Versehen. An. Okay. Ich greife die aus Versehen die ganze Zeit mit der pick-ex an. Aber wieso hast du die pick-ex auf dem Slot, wo du dein Schwert hast, oder? Nee, aber ich habe den auf dem zweiten Slot. Die pick-ex. Ja. Okay. Ich habe das jetzt alles geändert. Schwert, Wolle, Fire-Torch. Und ganz hinten ist dann die pick-ex. Ja, bei mir ist es meist auch so. Und jetzt pick-ex ist die ganze Zeit trotzdem. Wir haben auch gut, dass einfach pink einfach Fuchsia heißt. Okay, ich habe ihn. Ach so, du rennst gerade zu ihm. Ja, jetzt sind beide dort. Dein Ernst. Ja, ich muss ihn killen. Der wollte uns durch. Hä, wie schlecht. Der wollte uns durch. Okay, also der Server ist echt kacke, ne? Warum? Weil der hatte gerade Invis getrunken, der Typ. Und ich sehe einfach seine Rüstung. Aber man hat seine Rüstung einfach gesehen. Ist das kacke. Oh, sorry. Yo. Alter. Sehr geil, ich wurde in den Orbit geschallert. Soll ich noch mal TNT holen? Na, komm mal. Ich glaube, das braucht mir wirklich mal langsamer. Ja. Grün und Agua kämpfen gerade. Ja, obwohl Grün kein Bett mehr hat. Also das ist echt gewagt von denen. Doch ich habe ja dann ein Bett geholt. Ich weiß. Komm mal, ich habe zwei TNT. Du musst die wirklich abhängen. Die dürfen mich nicht sehen. Ja, es ist halt schlecht, weil die gerade beide unter mir schallen. Ich bin auf deren Dach. Jo. Plötzlich kommt der von oben. Achso, ja. Ja, ich bin tot. Ja, nein, dort unten waren zwei Namen deswegen. Und plötzlich war der hinter mir deswegen. Achso. Ich meine, vielleicht habe ich den Namen mit dem... Seinen Namen mit dem Shopkeepers Namen verwechselt. Wahrscheinlich. Ansonsten gibt es keinen Namen. Dicke, wie viele Fire Charges. Ja, der eine hat sich ein bisschen vollgestockt. Bisschen, äh... Bisschen ist ja noch süß, Dicke. Ich weiß. Ich habe mich mal hier oben eingebaut, ne? Jo. Also wenn du kommst, wäre nett. Wenn ich komme, ich bin gerade in einen anderen Weg gegangen, aus Versehen. Ich bin gerade irgendwie zu Aquaspace gelangt. Ja. Kann auch sein, dass ich das mit... Ja, einer ist bei mir und es ist nie... Ach, zu egal. Ja, nimmst du das mal nebenbei, bitte. Dann wird es weg. Einfach mal nebenbei das Bett mitgenommen. Das ist ein Assi. Dicke, wie viele Fire Charges. Okay, jetzt komme ich aber. Aber ich habe aber irgendwie so... Ich habe aber irgendwie so... Ich habe aber irgendwie so ein bisschen Angst. Ich esse so ehrenlos, wirklich die Sandwichen. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass jetzt hier die ganzen Teams zu uns kommen, weil wir haben halt von jedem das Bett genommen. Okay, jetzt nicht von jedem, aber... Komisch, ne? Wer war das wohl? Ich. Kann das wirklich sogar sein, dass ich bisher jedes Bett abgebaut habe? In der Runde? Ja. Grün, Rot und Aqua. Ich habe gar keins. Äh, ja, ich werde gerade attackiert von Grün. Also ich bin bei uns. Der ist bei uns, der ist bei uns. Ja, geil, ich kann nicht. Team Pink. Ja, Dicke, der Typ hatte ein Herz. Der Typ hatte ein Herz. Wahnsinn. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Der Typ hatte eine Aufgabe, unser Sterben. Und zwar zu sterben. Auf, da, der ist Solo. Oh. Haha. Ja, okay, der YouTuber ist schon mal weg. Der YouTuber ist weg. Endlich. Ich habe dich mal ein... Achtung, der andere kommt. Ich weiß. Ja, geil. Ja, der andere ist auch tot. Stark. Einfach zweimal mit der gleichen Taktik. Ja, es ist halt einfach, dass die Leute es halt auch nicht checken, diese Taktik. Ach, lach. No, äh, hast du noch ein bisschen Eisen für mich? Ich habe nicht mal eine Eisenrüstung. Äh, Team Pink? Ich habe nicht mal eine Eisenrüstung. Ja, ist doch egal, Team Pink. Ja, du schaffst das. Ja, die ge... Nein, die Taktik hat nicht funktioniert. Bitte, du musst es nicht schaffen. In sein Gesicht. In sein Gesicht. Oh, naja. Ach, danke. Digga, er ist selbst ins Vault gerannt, einfach. Machen. Okay, ich habe einen TNT wieder. Okay. Digga, ich habe mir schon so viel TNT gekauft, du konntest dich mal einmal nutzen. Junge, die haben unseren kompletten Weg in die Mitte zerbombt. Was sind die überall Löcher? Ja, nee, das war Grün wegen Fireball Jumps. Also. Agua rennt gleich zu uns durch, oder? Agua? Ja, Digga, die rennen beide schon mit so. Nee, ich sehe den schon mit einem Firecharge. Wow, 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 alter. Nein, nein, alter. Nein, nein, alter. Pio, wie man sagt, mit einem. Ja, ist halt so. Digga, wie viele? Die haben jetzt schon zehn auf mich geschossen. Alter, die sind irre, ne? Das geht doch gar nicht. Ja, irre ist doch nicht. Nein. Oh mein Gott. Digga, du hast noch mehr Firecharges. Digga, du hast noch mehr Firecharges. Digga, verpiss dich doch. Ich kann wenigstens das TNT noch passieren. Ich habe mir jetzt... Was? Es ist einfach offen. Digga. Ich habe mir jetzt einfach einen Firecharge gekauft und mache jetzt einfach einen Fireballjump über die. Ist mir jetzt egal. Digga, die haben gar keine gute Defense ein TNT und deren ganze Defense aufgesprengt. Na, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei denen auch Bad... äh... Badrock, genau. Badrock drunter sein könnte. Äh, Obby drunter sein könnte. Nein. Ich habe es doch gerade gesehen. Achso. Ich habe das mit einem TNT komplett aufgesprengt. Achso. Wusste ich doch nicht. Sorry. Si, amigo. Si, si. Si, si. Warte, schieß mich schon mal einen Firecharge drauf. Wow, 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 wow. Einer ist tot. Einer ist tot. Auf da. Harte, ich brauche mich hoch. Moin. Wer ist weg, endlich. Ich bin tot. Ja, hinter dir. Ach, komm. Egal, die sind jetzt endlich mal weg. Oh mein Gott. Nein, Team Aqua kommt jetzt zu uns. Ja. Oh, ne, ne? Hä? Ja, der, der trinkt Invis oder irgendwie sowas. Nee. Digga, er hat Speed getroffen. Ja, der eine ist Invis gewesen. Ich habe ihn getötet. Auch den anderen. Das war nämlich eine Taktik von denen. Der eine trinkt Invis, der andere opfert sich. Ja, der andere hat, hat so getan, das würde. Digga, er dachte so kurz, er, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, und ich habe halt einfach gerade die ganze Zeit, während ich auf der Pütsch gelaufen bin, durchgeschlagen. Und dann kam der halt plötzlich untot. Warte, vorne läuft ein Pinker oder du bist das. Okay. Hast du mich gerade mit dem Pinker verwechselt? Nein. Nee. Nee, gar nicht. Das ist einfach nur aus Spaß gesagt. Ja, genau. Mann. Äh. Digga, die übt es doch gar nicht, dass ich mit der auf dem Base renne. Die rennt weg. Die rennt nach oben. Junge sei es, sind die dumm. Okay, den Newton vor habe ich. Weil er kacke ist. Weil er kacke ist. Den Grund habe ich auch. Na geil. Denk mal mit C fängt mit Chaos-Champ an. Er fängt mit Aus-Champion zu ändern. Ne, er beginnt mit Chaos und endet... Ne, er beginnt mit C und endet mit Aus-Champion C. Der ist hier an. Äh, auf. Oh ja. I'm not gay. I'm not gay. I'm not gay. Sorry. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, ob das noch was wird. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Ich habe keinen Bock mehr dann zu schneiden. Einfacher Grund. Ich habe keinen Bock mehr dann zu schneiden. Ich müsste eigentlich mal ein ASMR-Video machen. Ich habe keine Picke übrigens. Also ich weiß nicht, was du jetzt machen willst. Achso. Digga, die stecken nichts. Ah, der heißt eine disconnected. Hahaha. Geil. Meike. Nein. Digga, du übelst für den Stuff. Ja. Ach ne. Hier. Eine kleine Spende. Hinter dir. Hahaha. Crazy. Ja, habe ich schon gesagt. Das sieht jetzt gut aus mit der Runde. Hauptsache unsere Nachbarn-Team-Weiß kommt jetzt nicht und rusht uns. Rusht. Digga, was ist hier passiert? Gut. Ah, Bro. Team Blau, Junge. Okay, sorry. Oh, Team Blau, ihr Bett ist weg. Von Gelb. Egal, das war die dummste Idee, die ich jemals hatte in meinem Leben, ne? Wow. Wow. Ja, geil, ne? Ich habe halt keine Picke. Ja, wenn ich das jetzt nicht erschaffe. Junge, ich bin auf einem halben Herzen. Hahaha. Alter. Wie krank. Ich war auf einem halben Herzen die ganze Zeit über. Und habe es irgendwie geschafft, eine Pickaxe zu kaufen, dann einen zu killen, das Bett abzubauen und den nächsten nicht zu killen. Alter. Haha, hallo. Ähm, hallo. Ähm, hallo. Äh. Seit wann bist du disconnected? Ja, du musst du alleine spielen. Oh, kacke. Wieso? Das schaffe ich doch niemals. Hä? Ja, schaffe ich doch noch niemals. Doch, 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 doch. Natürlich hast du das. Wieso hast du mich eigentlich verlassen? Bin ich dir nicht gut genug? Hahaha. Ja, das ist scheiße, dann schwarz. Hm. Internet ist abgestürzt kurz. Ja, alles gut. Ich habe mich schon gewundert, weil du hast null geredet. Soll ich die Story nochmal von gerade eben erzählen? Vielleicht. Vielleicht. Also, ähm, ich bin zu deren Base gerannt, habe gemerkt, ich habe keine Picke. Crazy. Crazy, du bist zur Base gerannt. Ähm, habe gemerkt, ich habe keine Picke. Ich habe gemerkt, dass ich keine Picke habe. Ach so, du hast keine Picke. Nee. Hab mir eine Picke gekauft in deren Base. Ach so, du hast keine Picke. Ach so. Und dann kam einer an, ich habe ihn gekillt, Bett abgebaut, der nächste kam, habe ich nicht gekillt. Hahaha. Der hat mich gekillt. Krasses Story, oder? Ja, Mann. Das war die krasseste, die ich jemals in meinem Leben hatte. Guck mal, guck mal mein Video an. Boah, ich habe zwei Likes. Das ist crazy. Oh mein Gott, crazy. Von wem wohl der ist? Keine Ahnung, nicht von mir. Wirklich? Nein, der ist wirklich nicht von mir. Hüppra. Ich like meine Videos immer. Stark. Habe ich früher auch gemacht bei den Schwarzen, aber inzwischen habe ich alles wieder entliked. Okay. Digga, dieser Anfang war so, denkst du wir schaffen das? Nein. Warum? Mein Speicher ist voll. Dieser Anfang war schon crazy. Dicke, dein Lach so wirklich. Ah, mein Lach ist schrecklich, ich weiß. Das klingt so geil. Dicke, das klingt so geil. Dicke, guck mal, mach dir mal den Stream an, das musst du jemand anwenden. Geht gerade nicht. Doch. Nein. Doch, du hast doch noch mit. Stark. Ach, geil, die haben gar kein Bett. Stark. Ja, sag, wenn du guckst. Ja. Dicke, das ist die Reaktionszeit von dir, Alter. Dicke, ich hab zweimal überlebt. Voll Feuerbowl. Dicke, guck mal, bist du im Puzzle geworden. Oh nein, dann kam der schreckliche Witz. Ey, was sagst du? Ach, guckst du gerade? Nein, aber ich hör's irgendwie. Frag mich nicht, wieso. Mischen im Puzzle. Ah, geil, ich bin gestorben. Frag mich nicht, wie ein Fireball. Guck so. Mö. Ja. Nee. Ich sag mal. Ja. Ich kann ja auch einfach sagen, du hörst halt den Ton. der geist gesagt hat sich dennoch dass du ein hast du spiel längst weg geflogen der woher kam erst als du gelandet bist die reaktionszeit was ich übelst hatte dass mein mikrofon immer noch ein bisschen beschissen ist weil junge ich höre meine stimme gerade selber und digga so höre ich mich eigentlich null in real life an ich höre mich viel tiefer gefühlt an gefühlt hört man sich tief an aber in real life höre ich mich auch noch mal tiefer an ich frage mich irgendwie wieso man ich meine das kann ich irgendwann mein mikro einstellen ich frage mich nicht weil zu faul für die monst vor allem das mikro einzustellen ja sorry das beschissen ist ich halt nicht zu weiß gehen soll ich bin gleich wieder da noch you Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, dieser Bridge von denen, die ist so scheiße gebaut. Junge, ich sehe, dass du einen Fire Charge hast. Ich will einfach dieses Reakt, dieses Video so funny, ne? Du sagst genau das, was du gerade gesagt hast, obwohl du schon längst abgeschossen wurdest. Und der ist so, wow. Oh, crazy. Rennen die andere Base und würde ich haben es. Hm, geil. Warum hättest du vorher ein Gap fressen können? GG. All right. All right. All right.